Nervosität Nervosität gehört einfach dazu. Das weiss auch dein Publikum. Dazu kommt, dass du deine eigene Nervosität viel stärker wahrnimmst, als das deine Zuhörer machen. Häufig lässt die innere Unruhe nach ein paar Minuten wieder nach und du kannst dich besser konzentrieren. Um dir Nervosität vorzubeugen, hilft üben. Präsentier dein Referat vor einer anderen Person und lass dir Feedback geben. Du kannst die ersten zwei Sätze im Referat auswendig lernen. Das hilft dir für einen sicheren Einstieg.